Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Georg Schrammel, selbstständiger Fototrainer und Fotograf. Und wenn du auch gerne fotografierst, aber vielleicht schon lange nicht mehr deine Kamera in der Hand gehabt hast oder immer noch irgendwo feststeckst in der Automatik, in der Vollautomatik, dann habe ich heute für dich ein ganz besonderes Angebot. Dieses Angebot ist völlig kostenlos für dich. Du gehst keinerlei Verpflichtungen ein, du unterschreibst keinen Vertrag, es gibt kein Kleingedrucktes und es gibt keine Hintertürchen. Ich möchte einfach ein Stück von meiner Begeisterung für die Fotografie an dich weitergeben. Ich habe hier einen Fotokurs entworfen in zehn Lektionen und in diesem Kurs erfährst du alle Basics, die du brauchst, um wirklich tolle Fotos zu machen. Es geht an von der Blendeneinstellung. Was bewirkt die Blende, wie stelle ich sie überhaupt ein? Es geht über die Belichtungszeit. Was muss ich hier beachten, damit meine Fotos nicht verschwommen und unklar werden? Es geht über die ISO-Einstellung. Die ISO-Einstellung ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Einstellung, die man oft gar nicht beachtet oder die man vielleicht sogar nicht kennt. Wenn du diesen Kurs durchgemacht hast, dann werden diese Fragen für dich keine Bedeutung mehr haben, weil du dich eben auskennst und weil du weißt, wie man einen schönen, weichen Hintergrund bei Porträts zaubert, weil du weißt, was du einstellen musst an deiner Kamera, damit deine Bilder auf jeden Fall scharf werden. Und am Ende des Kurses wirst du auch eine Ahnung von Bildgestaltung haben, wie man Bilder aufbaut. Und man wird deinen Bildern anmerken, dass du nicht mehr zu den Anfängern gehörst, sondern dass du schon ein ganzes Stück dazugelernt hast. Und du brauchst keinerlei Angst haben, dass du irgendein Risiko eingehst mit diesem Kurs. Du kannst dich jederzeit natürlich wieder abmelden, ohne dass dir irgendwelche peinlichen Fragen gestellt werden. Ich freue mich, wenn du mir dein Vertrauen schenkst und wenn ich vielleicht ein wenig von dieser Begeisterung, die ich jedes Mal habe, wenn ich meine Kamera in die Hand nehme, wenn ich ein wenig von dieser Begeisterung an dich weitergeben kann. Melde dich gleich an und bestätige den Link, den du anschließend in der E-Mail, die ich dir zugeschickt habe, bekommst. Und sofort kannst du die erste Lektion herunterladen. Die weiteren Lektionen folgen dann in Abstand von einigen Tagen, damit du auch genügend Zeit hast, dazwischen die Übungen, die ich dir in diesem Gratiskurs anbiete, auch ausführen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Kurs und natürlich auch beim Fotografieren. Alles Gute und herzliche Grüße, dein Fototrainer Georg Schrammel.